Dodo hat ein Ei gelegt, doch plötzlich kullert es aus dem Nest und wackelt den Berg hinab. Jetzt heißt es schnell sein. Rettet das kullernde Ei, bevor es herunterfällt. Würfeln, sammeln, bauen. Spielt im Team zusammen, denn nur so könnt ihr rechtzeitig Brücken bauen. Bringt das Wackelei sicher ins Boot und gewinnt gemeinsam. Dodo, das turbulente Kinderspiel von Cosmos.